hey leute was geht herzlich willkommen zu diesem ankündigungsvideo hier nochmal zur späten zeit leute ihr seht zwar im hintergrund modern warfare remastered dazu kommt zwar auch noch meine meinung und mein thema und ja ein bisschen gelaber über modern warfare die sache ist ich möchte gerne euch kurzfristig mitteilen das hatte ich euch schon vorhin also im live stream auch mal so ein bisschen grob gesagt benefit one wir suchen ein paar spieler für benefit one also neue clan tryouts heute wir suchen member die gerne benefit one zocken mit uns wir wollen da richtig chillig in der party ganz gechillt leute kein stress kein links einfach nur spielen das ganze findet an diesem donnerstag statt also jetzt sofort jetzt schon also diese woche gleich weil die beta ja endet am 8 9 so wie ich das erfahren habe also an diesem donnerstag um 19 uhr werde ich und der gute frozen access frozen werden euch hier ein bisschen mal in battle field ein bisschen testen also ihr spielt da mit uns mit und wir werden dann halt entscheiden ob ihr das zeug gehabt mit uns dann immer mitzuspielen wenn ihr ob objektiv spielt wenn ihr wiederbelebt also wenn ihr medikett wird money man und so was wenn ihr halt einfach richtig battlefield spielen könnt und da suchen wir leute und mit denen wir zusammen zocken können würde mich sehr freuen und ja viele sagen schon hey was ist denn los wir brauchen wieder neue member und so und ihr wolltet auch gerne eine klaren leute jetzt ist wirklich die zeit gekommen ihr könnt in den xs clan rein diesen donnerstag am 19 uhr wie ihr das macht ist in der beschreibung geschickt eine freundesanfrage und seit um 19.19 uhr im live stream einfach dabei falls es abgesagt wird falls was dazwischen kommt weil das ist für mich auch extrem kurzfristig sage ich euch bescheid ansonsten halten wir das fest 19 uhr und die voraussetzung ist dass ihr euch natürlich auch benefit one holt nicht nur die beta zockt ist ja logisch oder wir wollen benefit one zocken und dann brauchen wir gut spieler und leute die immer aktiv dabei sind her leute also einfach nur freundesanfrage und einfach im live stream dabei sein am besten vielleicht wenn ihr wollt könnt ihr noch psn nachricht checken mit ja gerne im klaren dabei also xs clan sucht member heute ist dabei diesen donnerstag 19 uhr klanscheuert ich weiß nicht ob es überhaupt klappt ob sich viele bewerben ob viele leute dabei sind weil es extrem kurzfristig ist eigentlich macht man sowas am wochenende aber da ja die beta endet und ich am wochenende bisschen ja damit die am wochenende mir die hände gebunden waren bisschen viel zu tun und so und ich das gar nicht irgendwie das irgendwie vercheckt habe ehrlich gesagt ist das hier für euch dann natürlich ja die chance am donnerstag dabei zu sein und dann natürlich leicht alle die das video jetzt sehen haben natürlich glück dass sie jetzt in den klaren kommen können das ist halt das gute wenn ihr aktiv von unseren youtube-videos dabei seid im live stream sind bevor bekommt ihr alles sofort mit an leute die das jetzt irgendwie verpassen nicht traurig sein wenn ihr das verpasst habt ihr könnt euch trotzdem bewerben schreibt mir eine freundesanfrage schreibt mir eine nachricht was ich wir werden noch mehr mal suchen und einfach bewerben auch wenn ihr das video jetzt nach donnerstag seht oder einfach später gesehen habt einfach eine freundesanfrage wir suchen spieler auf ps4 für battlefield one und ja wenn ihr einmal in der freundes seid einmal im klaren dann könnt ihr natürlich mit uns spielen was ihr wollt aber hauptaugenmerk leute battlefield one und ja seid einfach am start würde mich freuen und bis zum donnerstag 19 Uhr leute clan tryout vielleicht findet es auch nicht statt wenn sich keiner bewirbt gibt es auch kein clan tryout also leute bis dann haut rein und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal